Herzlich willkommen bei Legamaster. Mein Name ist Johannes Kroll und ich zeige Ihnen heute, wie einfach es ist, interaktive Systeme zu nutzen. Für einfache, interaktive Arbeit nutzen wir Programme, die Sie sicherlich kennen, wie PowerPoint, Excel und wie Word, sodass ich mein PowerPoint direkt als digitales Flipchart verwenden kann, sodass ich meine Informationen über einfachste Werkzeuge aufschreiben kann, ergänzen kann, zwischen den Blättern hin und her springen kann und so mein Tafelbild nach meinen Vorstellungen gestalte, zusammen mit meinen Kollegen im Meeting arbeite, das Ganze abspeicher, per E-Mail versende und so im Nachgang für jeden nutzbar mache. PowerPoint zu nutzen ist natürlich auch ein Thema, sodass ich hier mein komplett ausgefülltes Blatt zur Verfügung habe und die Werkzeuge, die Sie gerade schon gesehen haben, auch hier über die Werkzeugleiste und den Stift aktivieren kann und so mein Tafelbild nach meinen Vorstellungen gestalte, mich frei zwischen meinen Blättern bewegen kann, um Informationen aufzuschreiben, was zum Beispiel eine Steigerung im Unternehmen ist oder sonstige Sachen. Jederzeit kann ich diesen Präsentationsmodus auch wieder verlassen und meine Informationen an der Position, an der ich sie zusätzlich geschrieben habe, hinzufügen oder aber auch löschen, sodass ich dann die Datei speichern und versenden kann. Aber auch natürlich in vorhandenen Präsentationen, die Sie jetzt hier sehen, sodass ich auch Präsentationen, die ich vorher schon am Arbeitsplatz erarbeitet habe, mit interaktiven Inhalten ergänzen kann, indem ich die Stiftleiste aktiviere, mein Werkzeug für die interaktive Arbeit auswähle und Informationen hinzufügen kann. Ein weiteres Feature in PowerPoint ist die Gestensteuerung. Hierzu minimiere ich meine Ansicht, springe zu einer anderen Folie meiner Präsentation und hebe mir über die Gestensteuerung, die man vom Tablet und vom Smartphone kennt, Informationen hervor. Viele dieser Funktionen stehen Ihnen auch in Excel zur Verfügung. Dazu verlassen wir kurz die Arbeitsoberfläche in PowerPoint, springen über die Windows 10 Oberfläche hinein in unsere Excel-Dateien und können auch hier über die Gestensteuerung unsere Informationen groß- oder kleinzoomen, sodass sie für jeden sichtbar sind. Zusätzlich haben wir die Möglichkeit, auch hier die Zeichenwerkzeuge zu benutzen oder über die virtuelle Tastatur direkt auch Zahlenfelder, Zeilen zu verändern und die Werte dementsprechend anzupassen. Die gesehenen Funktionen sind in der ganzen Office-Palette nutzbar, das heißt also auch bei OneNote und bei Word und Sie brauchen sich nicht groß umstellen, um Ihr Meeting zu gestalten. Zitatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat